Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Dienstag, der 12. September. Ich bin Clemens Benke. Das Hamburger Abendblatt wird 75 Jahre alt und der Countdown zur großen Geburtstagsparty, der läuft. Ich freue mich, dass ich mit dem Chefredakteur des vertrauten Hamburger Leitmediums heute hier bei Hamburg Aktuell sprechen kann, mit Lars Heider, der auch eine Olaf-Scholz-Biografie geschrieben hat und mir unter anderem vom Glücksfall Kanzler-Augenklappe erzählt. Das ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne in diesem Amt, dem Smalltalk völlig abgeht. Der kann keinen Smalltalk. Deshalb ist diese Augenklappe ja auch so ein Glücksfall gewesen. Wie nah ist Lars Heider dem Kanzler jenseits der Augenklappe gekommen? Und wie sieht eigentlich die Zukunft des Printmediums der guten alten Tageszeitung aus? Kommt man da an TikTok noch vorbei? Tja, spannende Themen. Lars Heider, Chef vom Hamburger Abendblatt, gleich im Gespräch mit mir hier bei Hamburg Aktuell. Jetzt haben wir hier erstmal den Hamburg-News-Überblick mit Markus Steen aus unserer Stadtnachrichtenredaktion. Gute Nachrichten für euch, wenn ihr ein Auto mit altem Dieselmotor habt. Die Durchfahrtsbeschränkungen werden aufgehoben. Bis jetzt galten sie noch an der Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße. Carolina, unsere Umweltbehörde hat uns jetzt gesagt, dass dieser Spuk ab morgen vorbei ist. Um 12 Uhr wollen Umweltsenator Kerstern und Innensenator Grote ein Schild persönlich abmontieren. Die Stickstoffdioxid-Grenzwerte an den Straßenabschnitten werden mittlerweile eingehalten, heißt es. Die Luftqualität ist also besser geworden. Und deshalb dürfen dort auch wieder alle Dieseltypen durchfahren. Egal ob LKW oder PKW oder welche Euroklasse das Fahrzeug hat. Hamburg hatte Ende Mai 2018 als bundesweit erste Stadt die umstrittenen Dieseldurchfahrtsverbote wegen zu schlechter Luft verhängt. Und wieder hilft Hamburg. Unser Senat will seine Krisenhilfe ausweiten. Dabei steht vor allem die Ukraine besonders im Fokus. Marc, da geht es vor allem um die vielen vergrabenen Minen. Ja genau. Die Ukraine gilt laut der ukrainischen Generalkonsulin hier in Hamburg mittlerweile als das am stärksten verminte Land der Welt. Und da kann Hamburg einen besonderen Beitrag leisten, weil wir hier viel Erfahrung mit Kampfmittelräumung haben, hat Innensenator Andi Grote eben bei der Landespressekonferenz gesagt. Rund 10 Millionen Euro will der Senat zur Verfügung stellen. Damit sollen der Ukraine unter anderem Minensuchgeräte, Entschärferanzüge und Roboterfahrzeuge geliefert werden, die auch Minen transportieren können, sodass das kein Mensch mehr tun muss. Um zielgenau zu helfen, stehen Entschärfungsexperten aus der Ukraine und Hamburg in engem Austausch, heißt das vom Senat. Kaum auszuhalten, diese ganzen guten Nachrichten. Aber ich habe noch eine. Unser Hamburger Beiersdorf-Konzern hat gestern seine neue Zentrale in Eimsbüttel offiziell eröffnet. Der 250 Millionen Euro teure neue Campus soll den rund 3000 Beschäftigten Raum zum Austausch, zur Inspiration und zur Entwicklung neuer Ideen bieten. Die Grundlage für langfristigen Erfolg. Star-Architekt Hadi Terrani hat das rund 51.000 Quadratmeter große Gelände für den einzigen Hamburger DAX-Konzern entworfen. Es bietet neben Arbeitsflächen auch Sport- und Erholungsmöglichkeiten und eine unternehmenseigene Kita. Hamburg Aktuell. Tatsächlich die meisten Stadtnachrichten. Mein heutiger Gast ist der Chef einer Hamburger Tageszeitung, die aus der Medienlandschaft unserer Stadt nicht mehr wegzudenken ist und die bald Geburtstag feiert, nämlich 75. Lars Heider, der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, ist bei mir. Hallo erstmal Lars. Hallo. Toll, dass du da bist. Danke, dass du gekommen bist. Lars, du bist aber auch Buchautor und Podcast-Kollege, kann man auch so sagen. Es gibt also viel Gesprächsstoff zwischen uns. Finde ich gut, freue ich mich darauf. Und bevor wir über das Geburtstagsereignis des Jahres bei euch sprechen, lass uns mal über dich als Autor und über deine Arbeit als Buchautor sprechen. Du hast ja zum Beispiel eine Biografie über Olaf Scholz geschrieben. Die ist in dem Jahr veröffentlicht worden, als er Kanzler wurde. Genau. Wie nah bist du ihm denn da gekommen? In dem Jahr, in dem er Kanzler wurde, bin ich ihm gar nicht so nah gekommen, aber in den zehn Jahren zuvor. Er ist ja, wie ich, ich bin 2011 zum Hamburger Abendblatt gekommen als Chefredakteur und er ist ja 2011 Bürgermeister geworden. Und so haben wir dann zehn Jahre Seite an Seite verbracht und uns sehr, sehr oft getroffen. Und ich habe ganz viele tolle Erlebnisse mit Olaf Scholz gehabt und immer mal gedacht, das müsste ich mal aufschreiben und das müsste ich mal aufschreiben. Es hat nur einfach niemanden interessiert. Was heißt denn Seite an Seite? Also seid ihr, war das eine professionelle Ebene? Ja, Seite an Seite im Sinne von, wenn zwei Leute neu nach Hamburg kommen, dann sind sie ja im ersten Jahr, besuchen sie ja, in unseren Funktionen, die gleichen Veranstaltungen. Dann bist du auf dem Presseball und du bist auf dem Gründerpreis und du bist hier und da. Und ich sah ihn halt, also zwei, dreimal die Woche im ersten Jahr. Und dann kommt man ja mehr oder weniger notgedrungen ins Gespräch. Und dann habe ich ihn natürlich auch über die Jahre dann immer begleitet, journalistisch, also niemals irgendwie persönlich, privat, freundschaftlich, sondern ich habe ihn einfach sehr, sehr oft getroffen, weil er auf den Veranstaltungen war, auf denen ich auch war. Und dann konnte ich mir ein ganz gutes Bild von ihm machen. Aber wenn man sich so oft trifft auf Profiveranstaltungen eben auch, dann kommt man natürlich ins Gespräch. Das hast du ja auch gerade schon erzählt. Man kommt sich ein bisschen näher. Man redet auch über persönliche Dinge wahrscheinlich oder eher nicht? Ist er da so ein bisschen... Nee, eigentlich mit Olaf Scholz nicht. Nee, geht mit ihm nicht so gut, oder? Nee, aber was ist auch das Persönliche bei Olaf Scholz? Naja, er könnte ein bisschen von seiner Familie erzählen oder wo er gerade wohnt. Er ist ja verheiratet, ne? Ja, er ist verheiratet, aber mit Olaf Scholz kannst du eigentlich vor allem über Politik sprechen. Okay. Das allerdings, also ich habe mit ihm fast ausschließlich über Politik gesprochen. Ich habe jetzt... Der Mann hatte Hobbys zum Beispiel auch. Er hatte auch keine Hobbys. Nein. Kunst, Musik, Malerei, irgendwas. Er joggt dreimal die Woche und er rudert gern und von ihm stammt der schöne Satz. Ich spitze hier ein bisschen zu. Ich brauche gar keine Hobbys, um runterzukommen, weil ich gar nicht hochkomme. Und ich glaube, das trifft es. Und ich habe ihn neulich getroffen in Berlin. Ich habe ihn neulich in Berlin getroffen und dann standen wir wirklich bestimmt so 15 Minuten, 20 Minuten zusammen. Ja, und dann haben wir auch ein bisschen über die Augenklappe gesprochen. Aber vor allen Dingen kannst du mit dem, du kannst mit dem eigentlich nur über Politik sprechen. Das ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne in diesem Amt, dem Smalltalk völlig abgeht. Der kann keinen Smalltalk. Deshalb ist diese Augenklappe ja auch so ein Glücksfall gewesen, weil er jetzt so einen Anknüpfungspunkt hatte. Genau. Ansonsten kann der keinen Smalltalk und dann musst du halt versuchen, mit dem über irgendwelche Themen zu sprechen, die er gerade interessiert. Wir hatten dann über Friedrich Merz gesprochen, der hinter uns stand zum Beispiel. Da hat er dann viel Spaß gehabt. Das glaube ich. War ja auch das große Thema gerade in Indien, seine Augenklappe. Genau, die Augenklappe. Also ich hatte den Eindruck, wenn ich das sagen darf. Das war ja so drei Tage, nachdem er mit der Augenklappe oder vier Tage mit der Augenklappe zum ersten Mal gesehen wurde. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass er sie nicht mehr hätte tragen müssen. Sagen wir es mal so. Aber er ist glaube ich schlau genug, dass er eine bessere Kommunikationsart hat, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch zu zeigen, guck mal. Das ist doch eigentlich eine gute Idee. Was Besseres konnte ich fast nicht passieren. Denn jeder fragt sich natürlich, was ist da unter dieser Augenklappe? Wahrscheinlich. Da ist einfach ein blaues Auge. Alles klar, alles klar. Und hat er dir denn erzählt, wie das genau zu dem Sturz gekommen ist? Ich weiß, dass wir bei uns in der Redaktion uns überlegt haben, wie das hat passieren können. Denn eigentlich, wenn du joggst und hinfällst, ist ja die erste Reaktion, dass du dich irgendwie mit den Armen abstürzt. Er hat sich auch versucht, ein bisschen abzustürzen, hat er mir erzählt, aber das ist auch ein bisschen gelungen, aber er ist mehr oder weniger flach hingefallen. Und mir ist das gleiche vor drei, vier Monaten passiert. Und das kann tatsächlich passieren, wenn du in dem Moment, wo du nicht damit rechnest und wenn du schnell unterwegs bist, ich war so schnell unterwegs, dass ich versucht habe, mich an einem Buchsbaum noch festzuhalten und diesen Buchsbaum, der laut meinem Schwiegervater das da 40 Jahre in diesem Boden war, rausgerissen habe, drei, vier Meter mitgerissen habe und dann wirklich flach hingefallen bin. Ich allerdings aufs Knie und das Gesicht ist dann noch so ganz leicht und bei ihm ist es wohl mit dem Gesicht ein bisschen heftiger gewesen. Okay, also das kann passieren. Kann passieren. Wie wichtig ist das für einen Journalisten, eine Biografie über jemanden zu schreiben, wie sich mit Politikern zu umgeben, auch mit Lokalpolitikern jetzt in unserem Fall. Wie gefährlich kann das werden? Also wie nah kann man, darf man rankommen? Also ich glaube nicht, dass es gefährlich werden kann. Ich bin ja nicht an Olaf Scholz rangegangen mit dem Ziel, eine Biografie zu schreiben. Übrigens, das wissen immer viele Leute gar nicht. Er wusste nicht, dass es diese Biografie gibt. Ich habe ihn auch nicht gefragt vor. Also ich habe die Biografie geschrieben, hatte nicht viel Zeit dafür, weil ja zwischen dem Schreiben der Biografie und dem Druck, da lagen 14 Tage. Also ich hatte 14 Tage Zeit, um das zu schreiben. Wow. Mehr oder weniger so. Und es sollte ja zu seiner Wahl zum Kanzler erscheinen. Und ich habe, glaube ich, zu keinem Politiker eine besondere Nähe, auch zu Olaf Scholz nicht. Es mag eine Nähe sein im Sinne von, ich habe den sehr oft getroffen und ich traue mir zu, zu sagen, wie der ist und wie der tickt. Und wenn wir uns sehen, dann sagt er, hallo Herr Haider. Und ich sage, hallo Herr Bundeskanzler. Manchmal rutscht auch hallo Herr Scholz raus. Was wohl, glaube ich nicht. Aber das muss man sich nicht als Nähe vorstellen. Und du musst natürlich als, ich glaube, du musst als Journalist, du musst die Politiker kennen und die müssen auch dich kennen. Und an einer gewissen Art und Weise müssen sie, vertrauen ist das falsche Wort, aber sie müssen schon Lust haben, sich mit dir zu unterhalten. Sonst kriegst du ja von so einem wie Scholz gar nichts raus. Auch mir gelingt es da nicht. Aber weil ich ihn halt so oft erlebt habe, kann ich anderen Leuten sagen, wie der tickt. Das ist, glaube ich, alles. Und man muss neugierig sein. Und zwar in beide Richtungen. Für mich ist es die Arbeit. Also sagen wir es mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt morgen nicht mehr beim Abendblatt wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt mich nicht mehr mit Politikern treffen. Unbedingt. Ich habe keinen einzigen Politiker in meinem Freundeskreis. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber du musst halt schon, es hilft dir natürlich, als Journalist hilft es dir, wenn die wissen, wer du bist und wenn sie auch wissen, okay, Vertrauen heißt ja da. Wenn ich mit dem spreche, dann berichtet er auch so darüber, wie wir gesprochen haben und denkt sich nicht irgendwas aus, zum Beispiel. Du hast gerade erzählt, 14 Tage hattest du Zeit für das Buch. Und du musstest ihm gar nicht sagen, ich schreibe jetzt eine Biografie über sie, Herr Bundeskanzler. Das musst du ja gar nicht wissen. Jeder kann da losgreifen. Ich habe ja nachher noch, das ist aber dann die letzte Biografie gewesen, eine Art Biografie über Markus Lanz geschrieben. Und der regt sich ja bis heute darüber auf, dass es möglich ist, in diesem Land, dass Menschen über andere Menschen Bücher schreiben können, die in der Öffentlichkeit stehen und sie nicht fragen müssen. Das müssen sie nicht. Bei Scholz war das so. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, die Biografie zu schreiben. Bin nach der Bundestagswahl dann in die Herbstferien gefahren. Habe da meinen Schwager getroffen, der im Auswärtigen Amt arbeitet. Und der mich fragte, sag mal, ich würde mich jetzt gerne über den neuen Kanzler informieren, welches Buch kannst du da empfehlen? Du bist doch aus Hamburg. Und dann habe ich gesagt, es gibt kein Buch über Olaf Scholz. Und dann sagt er, es gibt kein Buch über Olaf Scholz? Wieso schreibst du denn dann keins? Und dann habe ich gedacht, das stimmt eigentlich. Und dann habe ich den Verlag angerufen. Der Verlag hat gesagt, wann soll das denn rauskommen? Und ich sagte ja, zu seiner Wahl, das war glaube ich der 8. Dezember 2022, 2021. Und dann sagte der Verlag, okay, wir können das versuchen, aber wir brauchen das fertige Manuskript in 14 Tagen. Wow. Das ist sportlich. Das war allerdings nicht so schlimm, weil ich ja quasi die vergangenen 10 Jahre über Olaf Scholz recherchiert hatte, ohne es zu wissen. Da hast du dir auch schon Notizen gemacht? Nein, natürlich gar nicht. Aber es war dann so, wenn du jetzt jemanden seit 10 Jahren kennst und siehst den, sagen wir mal, jedes Jahr, jedes Jahr, was ich, 20, 30 Mal und hast lange Interviews mit ihm geführt, hast ihn auf irgendwelchen Sachen begleitet, hast mit ihm auch mal abends zu Abend gegessen, hast, was ich, hunderte von Reden von ihm gehört. Da hat man einen Eindruck. Dann hat man einen Eindruck davon, alles andere wäre seltsam. Wie gut kennst du eigentlich Peter Tschentscher, unseren Bürgermeister? Also nicht vergleichbar mit Olaf Scholz. Aber ihr seht euch auch regelmäßig bei Pressekontakten und so weiter. Ja, viel weniger aber. Wir sprechen gleich nochmal ausführlich über euren 75. Geburtstag, 75 Jahre Hamburger Abendblatt, klar. An der Stelle wollte ich nochmal auf eine Sache hinweisen, die wenige Tage vor dem 75. Geburtstag stattfinden. Die Leserinnen und Leser, die werden eingeladen von euch ins Gästehaus. Erzähl mal kurz von der Aktion, das ist nämlich eine schöne Geschichte. Also ihr habt sowieso einige Sachen auf der Seite, sprechen wir gleich nochmal drüber, wir gucken auch gleich nochmal auf die Seite. Und da gibt es natürlich Geschenke auch für die Leser. Es gibt Geschenke. Wir werden ja nicht 75 Jahre alt, weil wir so toll sind, sondern weil wir so tolle Leserinnen und Leser haben und haben uns verschiedene Sachen überlegt. Und eine ist halt, dass wir die Leser einladen ins Gästehaus des Hamburger Senats, wo ja der Hamburger normalerweise nicht hinkommt. Ich war glaube ich auch erst einmal da bei irgendeinem Empfang. Und da laden wir Leserinnen und Leser ein zu einem Treffen mit Peter Tschentscher und dann können Sie Peter Tschentscher da Fragen stellen. Kann man sich anmelden auf eurer Seite auch. Kurz nochmal zurück zu deiner Schreibleidenschaft, so nenne ich das jetzt mal. Du hast ja nicht nur diese Scholz-Biografie geschrieben und nicht nur über Markus Lanz, du hast ein Krimi geschrieben, Hammersteins erster Fall. Genau. Erster Fall. Das heißt, da ist schon was angelegt. Richtig. Eine Reihe. Eine Reihe, genau. Wie ist dazu gekommen? War das immer schon sowas? Einen Krimi würde ich wahnsinnig gerne mal schreiben. Tatsächlich ist das so, dass ich ein großer Krimi, ich mag gar keine Sachbücher, ich bin ein großer Krimi-Fan und hatte eigentlich so gehofft, dass ich irgendwann mit Anfang 50 dann einfach nur Krimi schreibe und dann davon leben kann. Das ist nicht so gekommen. Das kommt doch. Das kommt doch. Und dann war es ganz lustig, dann hatte ich das Buch über Olaf Scholz geschrieben und eine Kollegin sagte, der Verleger von Hoffmann und Kampel, Tim Jung, möchte dich gerne mal kennenlernen. Und ich dachte, naja gut, er will irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie so ein Sachbuch über Scholz haben. Und dann saßen wir zusammen und sprachen so und dann sagt er ja, nee, Sachbuch, aber können Sie sich vorstellen, eine Krimi-Reihe zu schreiben, die in Hamburg spielt, aber kein Hamburg-Krimi ist. Ein feiner Unterschied, so eine Krimi-Reihe soll ja überall funktionieren. Und dann sage ich, ja, das kann ich ja mal. Und dann sagt er, machen Sie doch mal ein Konzept. Konzept und dann habe ich ein Konzept gemacht und ihm das geschickt und dann schrieb er zurück, ja, finden Sie das selber interessant? Und ich so, ups. Und er hatte recht. Also ich hatte so, das waren so Stereotype-Figuren und irgendwie so. Und dann hat er gesagt, die Figuren müssen etwas Besonderes haben und das ganze Aufbau und der Titel muss etwas Besonderes haben. Und ja, und daraus ist Lukas Hammerstein entstanden, ein Reporter, also wenn man so will, Lars Heider in Jung, so, also nicht ganz. Und der jetzt, der jetzt durch zumindest drei Krimis auf jeden Fall gehen wird. Der erste ist jetzt rausgekommen, heißt, einer muss den Job ja machen. Der zweite heißt, ich liebe dich überhaupt nicht mehr. Und der dritte heißt, hinterm Horizont geht's weiter. Und der Kenner merkt natürlich sofort, du wolltest es gerade sagen, es sind alles Lieder von Udo Lindenberg. Udo Lindenberg ist auf jeden Fall dabei. Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, das ist so der Kumpel von dem Reporter. Udo Lindenberg ist der Kumpel von dem, der hilft dann auch immer so ein bisschen weiter. Genau, ist der Kumpel von dem Reporter. Wir werden allerdings im ersten Band am Ende, so viel kann ich verraten, von Angela Merkel auf der Gästetoilette eines Hamburger, auf der Herrentoilette eines Hamburger Wirtschaftsklubs erstochen. Natürlich wird nicht Udo Lindenberg erstochen, aber tatsächlich ist es so. Ich verrate nicht so viel. Ich verrate nicht so viel. Und naja, da bin ich jetzt dran und bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gerade in den Sommerferien den zweiten Band fertig geschrieben und muss jetzt irgendwann mal mich mit dem dritten Band beschäftigen. Und es gibt noch eine zweite Heldin, muss man sagen, in dem Fall bei dir. Es gibt ja also eine tierische Heldin. Eine tierische Heldin. Einen Dackel. Eine Dackelhündin. Eine Dackeldame, muss man sagen. Eine Dackeldame. Eine völlig durchgedrehte Dackeldame, die es leider auch in echt gibt. Das heißt leider. Okay, also das heißt, du bist Hundebesitzer? Nein, meine Schwiegereltern sind Hundebesitzer. Alles klar und die haben Dackel. Und die haben Dackel und, also insofern muss man ja sagen. Tolle Hunde. Ne, eben nicht. Ja, findest du. Ja, bin großer Dackel-Fan. Ich habe neulich mal auf einem Spaziergang jemanden getroffen, hat von unseren Problemen mit dem Dackel erzählt, wer sich nicht erziehen lässt. Und daraufhin sagte der andere, warum haben sie auch keinen Hund gekauft? Und ich dachte, aber so ist es mit dem Dackel. Das sind ja ursprünglich, glaube ich, Jagdhunde auch. Die sind schwer kontrollierbar. Aber so ein Hund mit eigenem Charakter ist doch auch nicht schlecht. Also es gibt noch mehr Hammersteinfälle, auf die kann man sich auch freuen. Trotzdem, die Frage, die bleibt noch offen, wie du jetzt gerade auf Krimi kommst. Also das sind Geschichten, die hast du dann sofort parat, abrufbar. Nein, auch da hilft mir. Ich meine, du bist ja jetzt schon beim dritten Fall im Kopf. Auch da hilft mir natürlich so ein bisschen. Es gibt ja ganz viele Dinge. Ich bin jetzt 13 Jahre Chefredakteur des Samoa Abendblatts. Und natürlich ganz viele Dinge, wo ich so dabei war, die ich so erlebt habe, die man in dieser Form dann gar nicht veröffentlichen konnte. Ah, okay. Die man auch bis heute nicht veröffentlichen kann. Sag mal, was sind das für Dinge? Jetzt machst du mich neugierig. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel, im dritten Band wird es gehen um die Welt der Reichen und Mächtigen. Und da natürlich mal erzählen, wie sieht das eigentlich bei denen zu Hause aus? Dünnes Eis. Und so, das kannst du im Hamburger Abendblatt nicht machen. Aber du kannst es andeuten in so einem Roman und viele, viele Dinge, also man wird sehen, dass in dem Roman gibt es auch einen Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der Kanzler werden möchte. Ups, wer könnte, da könnte es ja fast, da könnte man ja fast darauf kommen, dass es Parallelen geben. Aber es ist natürlich alles ausgedacht. Natürlich. Natürlich. Udo Littenberg ist auch ausgedacht. Nein. Lars, jetzt gehen wir mal auf eure Seite, auf die vom Hamburger Abendblatt. Da habt ihr ja einen schönen Countdown eingerichtet. Ich meine, 75 Jahre, das ist ja ein stolzes Alter auch. Das ist, da ist einiges passiert. Ja, aber es ist gar nicht so. Ich meine, wie sagte neulich unser Kulturredakteur Tino, einer unserer Kulturredakteur Tino Lange sagte, eine alte Dame, aber ich finde es nicht gut, wenn man sie auf ihr Alter anspricht, weil sie geht noch richtig ab und kann noch richtig gut tanzen und ist noch recht rüstig. Aber gut, trotzdem ist es natürlich eine nette Art und Weise zu feiern. Übrigens, das ist ja unser eigentliches Geschenk für alle Hamburgern. In Hamburg, es ist ja, wir haben eine Dokumentation über das Hamburger Abendblatt. Das hast du gerade erzählt. Was ist das? Also wirklich 90 Minuten, das wird auch absurd, aber es wird auch im Kino laufen in Hamburg. Also wir haben Dokumentarfilme einfach nur damit beauftragt, zu sagen, begleitet die Reporter des Hamburger Abendblatts. Also nicht so, vor 75 Jahren wurde das und das gegründet, langweilig, sondern die waren unterwegs mit unseren Reportern beim HSV, mit unseren Reportern an der Norden Ostsee, in der Elbphilharmonie, im Hamburger Rathaus. Die waren mit mir im Kanzleramt bei Olaf Scholz. Die haben uns bei Veranstaltungen begleitet und so weiter und so weiter und zeigen einfach mal das Bild und ich finde, was ich bisher gesehen habe, auch ungeschönt, ungeschminkt. Das war auch die, wie gesagt, dreht einen richtigen Film über Journalisten. Also sozusagen, wir wissen noch nicht, wenn du noch eine Idee hast, die echte Reporter oder so. Und die zeigen halt echte Reporter bei der Arbeit und ich hoffe sehr, dass wenn Menschen das sehen, dass sie sagen, wow, das ist ein Job, auf den ich Lust habe. Das ist ja total interessant. Ja, da kann ich ja, wenn ich mich für Sport interessiere, immer beim HSV sein oder wenn ich mich für klassische Musik interessiere, in der Elbphilharmonie sein. Und ich treffe interessante Leute wie König Schals, wie der eine Fotograf von uns, der da auftaucht. Und das ist sozusagen, der kommt dann ab dem 13. Oktober in die Kinos, zwei Wochen und wird danach sicherlich auch noch weitere Verbreitungswege erfahren. Freuen wir uns drauf, sind gespannt darauf. Es ist auf jeden Fall ein Job für Neugierige. So ist es. Wie bei euch ja auch. Wie bei uns auch. Wir hatten jetzt mal eure Seite angeklickt am Latt.de und da habt ihr einen Geburtstags-Countdown eingerichtet. Das ist ganz schön gemacht, finde ich. Also bis zum Geburtstag sind es jetzt nur noch 33 Tage, 7 Stunden, 31 Minuten und 42 Sekunden. 41, 40. 38, 37. Und da wird also schon mal ein bisschen vorgeglüht und ich finde es super spannend und da bin ich dann auch richtig hängen geblieben, weil wir gerade über Neugierde gesprochen haben. Das sind die Geschichten, die ihr da in so einen kurzen Überblick reingesetzt habt und die ihr jetzt auch noch in regelmäßiger Folge bringt, was eigentlich da in diesen 75 Jahren so passiert ist, in den letzten 75 Jahren. Und da denkt man sich immer, ja stimmt, da war ja, das war das, ah ja, da, da, da war das. Königin Elisabeth, Prinz Philipp in unserer Stadt, das war Mai 65, habe ich nicht mehr mitbekommen oder noch nicht mitbekommen. Das ist in der aktuellen Ausgabe von heute, glaube ich, das Thema dann dieser Jahrhundertwinter, wo wir meine Schwiegereltern immer noch viel davon erzählen, 78, 79. Diana, Prinz Charles waren bei uns in Hamburg 1987, 2010, ja, Ende der schwarz-grünen Koalition bei uns. Das war auch ein Riesenereignis, dann HSH Nordbank, Dagobert, der Kaufhauser Presse. Dieser Urlaubschat, der auf der Autobahn bei Haslow gelandet, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Es kommt noch, es kommt noch, HSV gewinnt den Oberbukalder Landesmeister, wo ja dann meine Kinder immer sagen, nein, Papa, das geht nicht, die sind in der zweiten Liga. Die hat gesagt, doch, es ist halt 40 Jahre her, aber es ist halt, es gab es mal. Lebensmal in Führung, auch super, super spannend, so Ereignisse, Katastrophen, aber auch sehr, sehr schöne Geschichten, die in unserer Stadt passiert sind, Ketz zum Beispiel, oder was habt ihr da noch drin gehabt, die Wiederbelebung des Gängeviertels war auch ein sehr schöner Titel und so weiter. Also Dinge, die die DNA einer Stadt wie Hamburg einfach ausmachen, die kann man da noch mal so Revue passieren lassen. Das ist ein schöner Service, den ihr da habt. Macht total Spaß, dann die Stadtgeschichten, in den Stadtgeschichten zu stöbern bei euch. Das meiste, was ich aufgezählt habe, war vor deiner Zeit. Was ist denn bei dir so hängen geblieben in der Zeit deiner Chefredaktion? Und wenn du jetzt mal so in den letzten zehn Jahren zurückdenkst, was denkst, wo würdest du sagen, oh, wow, das ist echt ein Ding. Also da müssen wir jetzt alle ranholen, die wir kriegen, das ist ein Ereignis, da müssen wir einen ganz großen Aufmachen. Ja, da gibt es natürlich mehrere Sachen, aber mindestens vier, der alte Trick, man sagt mindestens vier und dann muss man sich die vier Sachen anhören. Also die Olympia-Bewerbung, damals eine Riesensache, weil wir in der Redaktion ja alle dachten, Olympia ist durch und ich sehe mich noch an dem Tag des Volksentscheids, den Leitartikel anfangen, weil ich 100% sicher war, dass Olympia nach Hamburg kommt. Es ist ja noch nicht ganz durch, das Thema vom Tisch. Ja, aber damals, und dann dreht es sich und wir waren alle in der Redaktion und haben gedacht, das gibt es so gar nicht. Das war auch mein größter Fehler, weil ich die Stimmung bei den Leuten völlig falsch eingeschätzt hatte. Das ist natürlich G20, da erinnere ich mich noch daran. Sind wir wieder bei Herrn Scholz. Genau, wie dann dieses Konzert in der Elbphilharmonie war. Du erinnerst dich mit allen großen Staatschefs und ich hatte auch eine Einladungskarte dazu und dachte, das ist ja einmalig in deinem Leben, da musst du hin, du sitzt da mit Putin, mit Trump und so und in mir drinnen, aber du kannst jetzt die Leute hier nicht im Stich lassen in der Redaktion, wenn das Schanzenviertel brennt und so hängt die Karte immer noch irgendwo bei mir unbenutzt. Das ist sicherlich ein großes Thema. Dann alles um diese Zeit rum, 2015, Flüchtlinge, die erste Flüchtlingsbewegung aus Syrien, da haben wir so eine Aktion gemacht, da sollten Leserinnen und Leser beim Abendblatt abgeben, was sie so brauchen, von Badelatschern bis Spielzeug. Das war eine Riesenaktion, wahnsinnig erfolgreich. Wahnsinnig erfolgreich, aber geplant war, der Chefredakteur sagte dann, pass mal auf, wir machen das so, da stellen sich am nächsten Morgen immer zwei Leute hin unten an den Tisch und nehmen die Sache entgegen und ich weiß noch, wie eine Kollegin mich fragt und sagte, was glaubst du, wie viele Leute da kommen? Sag ich, naja, da müssen wir schon mit 500 Leuten rechnen. Und am Ende kamen 10.000 Leute und die ganze Redaktion musste runter und die Sachen sortieren und wir haben dann Hermes angerufen, die große LKW und so geschickt haben. Das war so das Berührendste, wo ich bis heute immer noch denke, so wow. Und natürlich das, wo man sagte, wo man kurz schluckte, ganz kurz schluckte, war der Tag, es war ein Mittwoch, an dem ich, damals gehöten wir noch zu Axel Springer, von Matthias Döpfner, dem Vorschungsvorsitzenden von Axel Springer, angerufen wurde und er mich am Telefon sagte, lieber Haider, ich wollte Ihnen nur ganz kurz Bescheid sagen, wir haben das Hamburger Abendblatt verkauft, an die Funke Mediengruppe und ich so, hä, an wen? Oder an die Watzgruppe hieß ich damals noch und dann sagt er, mein Kollege Jan Beyer kommt jetzt gleich zu Ihnen rein und dann ging die Tür auf und sein Kollege Jan Beyer kam rein und der führte mich in, ich saß glaube ich im 5. Stockwerk und führte mich in 7. Stockwerk und da saß mein neuer Chef, der Chef der Watzgruppe und dann innerhalb von 10 Minuten war ich vom Chefredakteur Hamburger Abendblatt, Axel Springer, die Zeitung, die Lieblingszeitung von Axel Springer, bei der Watz. Und so war das ja auch für alle anderen Kollegen dann und das war halt schon der Moment, wo wir dachten, hoi! Ja, und das sind so Dinge, die, ja, und das macht das natürlich auch interessant. Ja, habt ihr aber gut überstanden. Sehr gut überstanden. Und im Nachhinein muss man sagen, wir passen besser zu Funke, als wir jemals zu Springer gepasst haben. Wie bist du eigentlich zum Abendblatt gekommen? Erzähl doch mal, wie ist dein Weg dahin gewesen? Also ist das Abendblatt, du bist ja Hamburger, also ist das so eine Tageszeitung gewesen, die deine Zeitungs-DNA so ein bisschen mitgeprägt hat? Also lag die zu Hause am Frühstückstisch und junge Homa ins Abendblatt rein? Genau, also es ist eigentlich noch viel schlimmer. Meine Eltern, es gab früher die Hochzeitskutsche des Hamburger Abendblatts und meine Eltern sind zu ihrer Hochzeit vor mehr als 60 Jahren mit der Hochzeitskutsche des Hamburger Abendblatts gefahren worden. Was dazu führte, dass diese Hochzeitskutsche, dieses Bild mit meinen Eltern in der Hochzeitskutsche des Abendblatts bei uns zu Hause immer rumstand und natürlich meine Eltern bis heute das Abendblatt abonniert haben und immer Abendblatt, 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 sodass der kleine Lars sich irgendwann vornahm, nicht Journalist zu werden, sondern zum Hamburger Abendblatt zu kommen. Also ich wollte eigentlich zum Hamburger Abendblatt. Das war mein berufliches Ziel. Punkt. Nichts anderes. Und das hat ja, das hat ganz gut geklappt eigentlich. Also das Abendblatt gibt es seit 14. Oktober 1948. Das war die erste Ausgabe auch, glaube ich. Also es hat Nummer eins bekommen und war die erste, nicht von den Briten lizenzierte Ausgabe. Vor allem war es, es war neben der Höhe zu, also es war die Tageszeitung, mit der Axel Springer diesen riesigen Verlag aufgebaut hat. Also das Hamburger Abendblatt und die Höhe zu waren die beiden Standbeine. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit auch so ein bisschen über das Abendblatt gesprochen, das Printmedium Hamburger Abendblatt. Wie ist denn eigentlich die Entwicklung aktuell im Online-Bereich? Das würde mich nochmal interessieren. Was interessiert dich noch? Ich sehe es tatsächlich manchmal hier in der Redaktion, wir haben euch als Printausgabe. Liest du? Sehr gut, ja. Aber, ja, siehst du, da hinten ist der Stapel, genau. Aber mache ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Ich habe die abonniert und lese sie online. Also online, also nicht die Printausgabe im Online, sondern einfach online und haben auch die Eilmeldungen und so weiter. Das kommt alles online. Wie ist da die Tendenz? Habt ihr da einen Überblick? Also nehmt das eine zu, das andere? So ist es, die Printauflage sinkt halt. Signifikant? Ja, absolut. Absolut, das ist ja bei allen so. Also wir kommen in der Spitze, das Hamburger Abendblatt mal eine Printauflage von 330.000. Da gab es das Internet allerdings noch nicht, muss man sagen. Und jetzt sind wir bei ungefähr 100.000. Und das wird jetzt sicherlich noch, das wird sicher so weiter runtergehen. Und zeitgleich ist halt die Zahl der Menschen, die uns wie du digital liest, ungefähr jetzt, das wächst halt so zwischen um die 20 Prozent im Jahr. Und das sind jetzt ungefähr 60.000. Und irgendwann werden sich diese beiden Kurven schneiden. Okay. Was aber auch, da sind natürlich einige, die sagen, oh, das ist ja schlimm und so. Und ich finde auch, die Menschen, die die Zeit auf Papier haben wollen, sollen sie auch weiter auf Papier bekommen. Aber ich finde es nicht schlimm, weil das hat ja nichts mit dem Abendblatt zu tun, sondern es ist einfach eine Entwicklung, dass irgendwie die Dinge digital konsumiert werden. Und ich meine, ich lese mein Abendblatt auf meinem Handy. Ich lese aber alles auf meinem Handy. Ich höre auch alles auf meinem Handy. Also du liest die Printausgabe auch, ne? Also das E-Paper dann, aber ich lese auch sehr viel Abendblatt.de. Ich gucke auch fern auf meinem Handy. Also wir haben zwar irgendwie noch einen Fernseher zu Hause, aber ich könnte dir nicht sagen, wo jetzt das ZDF da ist oder so. Aber ich gucke mir dann Livestreams an und ja, ich gucke alles auf dein Handy. Das ist tatsächlich die Entwicklung, ne? Man setzt sich nicht mehr aufs Sofa und... Was ja, und das andere ist ja sozusagen, während du früher unterwegs warst und hast dir eine Zeitung vielleicht mitgenommen, sieh, was mache ich, wenn ich ein bisschen frei habe, zack, Kopfhörer auf und höre mir einen schönen Podcast an und so. Und einen schönen Podcast, ja. Und ja, das ist halt so und das ist ja nicht schlimm. Ja, da sind wir schon bei unserem nächsten Thema. Einen schönen Podcast anhören. Also das ist jetzt bei euch ein Bereich, der einen immer größeren Raum einnimmt. Wie viele Podcasts habt ihr im Moment? Ungefähr 30. Also schon richtig viel, ne? Also 30 Podcasts, den du ja auch sehr forciert hast, glaube ich. Sagt doch nichts Falsches in deiner Zeit als Chefredakteur. In welchen Bereichen gibt es Podcasts bei euch? Können wir auch mal kurz drüber sprechen? Es gibt die klassischen Hamburg-Podcasts, sowas wie Hamburg News, HSV zum Beispiel, HSV, wir müssen reden. Es gibt einen Podcast von mir, der heißt Entscheider treffen Highlighter, da treffe ich halt Hamburger Persönlichkeiten und dann erzählen die, wie die geworden sind, was sie geworden sind. Aber wir haben auch einen Sex-Podcast, ich frage für einen Freund. Wir haben einen Garten-Podcast. Wir haben einen superschönen Buch-Podcast. Buch-Podcast, genau. Das ist super interessant. Und wir haben einen Wein-Podcast zum Beispiel. Und wir haben halt richtig große Podcasts, unseren Ernährungs-Podcast. mit Dr. Riedel, den hören, glaube ich, jetzt 120.000 Leute pro Folge. Den Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur mit Bettina Mittelacher und Klaus Büschel hat auch so 100.000. Büschel vom UKE. Vom UKE. Also das ist eine breite Mischung. So, und jetzt würde mich mal interessieren, du kommst ja durch und durch vom Print. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und da muss doch irgendwie einen Moment gegeben haben bei dir, wo du gesagt hast, also Moment mal, also entweder wir verpassen hier was oder wir steigen jetzt ganz, ganz massiv in dieses Audio-Geschäft ein. Wann war das was? Kannst du dich daran erinnern, wann es dabei so ein bisschen Klick gemacht hat? Das ist lange her, das ist lange her. Das war irgendwo, wann haben wir den ersten Podcast gemacht? Ich glaube 2017 haben wir den ersten Podcast gemacht. Welcher war das? Das war die 100 großen Fragen des Lebens. Interessanterweise ein Podcast, dann lief der nicht so, zumindest dachten wir, er lief nicht so und haben wir ihn irgendwann abgesetzt nach einem halben Jahr. Und dann kam er mit so einer zweiten Welle, war auf einmal auf Platz 20 bei Spotify und alle so und dann gab es die da auch nicht mehr. Ja und ich merkte damals bei mir selber, dass ich anfing so viel selber Podcasts zu hören, die ersten Podcasts, die es gab und sah um mich herum auch ein paar Leute und dann gab es so Studien, die gesagt haben, Hören ist das neue Lesen und da habe ich erstmal nur gedacht, naja, wenn das so ist, wenn Hören das neue Lesen ist, wenn die Leute, die jetzt lesen, vielleicht in fünf Jahren hören, dann müssen wir irgendwie ein Angebot haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so riesig werden würde und auch heute ist ja so, ist eigentlich auch klar, weil Hören etwas ist, was du nebenbei machen kannst. Lesen kannst du nicht, du musst dich für Lesen voll konzentrieren und da so viele Sachen die Leute beschäftigen, ist es halt cool, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt joggen, ich gehe jetzt in der Bahn, ich fahre jetzt mit dem Kinderwagen rum, mache die Stöpsel rein und höre dann. Und dann haben wir dann damit angefangen und was damals auch wichtig war, ist, das eine ist, wenn du dann so eine Zeitung vom Papier auf zum Beispiel E-Paper machst. Am Ende ist es aber vergleichbar. Podcast war, dass die Leute gemerkt haben, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Das war so ein bisschen auch so ein richtig fetter Schritt in die digitale Zeit und ich habe das dann auch so gemacht, dass ich halt sehr viel selber gemacht habe und meine Kollegen haben mir jetzt gerade noch vor ein paar Wochen erzählt, dass sie damals wirklich dachten, ich sei durchgeknallt. Weil wir haben so ein kleines Podcast-Studio gebaut in so einer Art Rumpelkammer mit so zwei Mikros und die haben gedacht, jetzt spinnt der wirklich, weil sich im Jahr 2017, 2018 ging es dann richtig los, niemand vorstellen konnte, dass das mal irgendwie ein relevanter Markt werden würde. Ist es aber geworden. Ist es geworden, absolut. Und jetzt sind halt auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen daran beteiligt, muss man sagen. Und die kamen dann von selber um die Ecke und sagten, ich würde auch gerne einen Podcast machen, ich möchte auch einen Podcast machen. Und es ist ja dann auch einfach gemacht. Es ist ja auch technisch nicht. Es ist einfach gemacht, so, guck mal, wenn ich früher zum Beispiel ein Interview gemacht habe mit, weiß ich, keine Ahnung, irgendjemandem. So, dann habe ich ein Diktiergerät hingelegt, dann habe ich es aufgezeichnet, dann habe ich es abgeschrieben und dann habe ich das, was auf dem Diktiergerät war, gelöscht. Heute, wenn ich ein Interview mache, ist es doch so, ich sage, Herr So-und-So, Frau So-und-So, wollen wir nicht uns zum Podcast-Gespräch treffen? Dann machen wir das Podcast-Gespräch, das steht im Mittelpunkt, dann mache ich aus dem Podcast-Gespräch eine Textfassung, die erscheint dann sowohl in der Printzeit, als auch auf abendblatt.de und im Idealfall, das ist zum Beispiel bei dem HSV-Podcast so, auch noch auf YouTube als Film. Und das ist natürlich super, dann kannst du sagen, du Leser, Leserin, was möchtest du haben? Möchtest du es hören? Möchtest du es sehen? Möchtest du es lesen? Wir haben das alles im Angebot. Und das ist, glaube ich, das, was man so ein bisschen machen muss. Und der Podcast-Bereich bei euch, der wird jetzt noch weiter ausgebaut. Ihr habt ja jetzt auch ein Head of Audio zu euch, das ist ein neuer Job, der dafür geschaffen worden ist. Das heißt ja auch, wir wollen hier noch mehr tun. Ja, vor allem, also mehr weiß ich nicht, wir haben ja 30 Podcasts, wir wollen es jetzt nochmal, wir haben das ja alles, wie sagte der neue Kollege, dessen Namen man nicht sagen darf. Nein, Marzl Becker. Den kannst du auch nicht sagen. Marzl Becker, genau. Da haben wir keine Berührung. Sagt er, ihr macht das ja alles nebenbei. Und so ist es ja, die Kollegen und Kollegen machen das neben ihrem normalen Job, haben da große Freude dran, hoffe ich. Und wir wollen es jetzt nochmal professionalisieren, wir wollen gucken, was gibt es neue Formate, die man machen kann. Wie kann man dem ein einheitliches Bild geben? Wie ist das eigentlich technisch? Was ist so mit Sprachtraining? Das sind ja alles Leute, die vom Print kommen. Und wir reden da von den 30 Podcasts, das sind bestimmt nochmal 20 Podcaster. Und da muss man, wollen wir jetzt nochmal ein bisschen professioneller ran. Da bin ich sehr froh, wir haben da, ich wollte das seit Jahren, denn konnte es aber irgendwie immer nicht durchsetzen und jetzt hat es geklappt. Das kostet ja alles auch Geld, muss man auch sagen und das rechnet sich? Das rechnet sich, also das kostet das ganze Arme. Also die sind auch, wenn man einen Podcast von euch hört, hört man auch immer kleine Werbeausschnitte. Genau. Vorne dran, hinten dran noch einen. Manchmal gibt es auch Partner, die ganze Folgen oder ganze Staffeln jetzt nicht sponsern, sondern begleiten, also die Anzeigenkunden sind. Nee, das rechnet sich und gehört da zu diesem Gesamtpaket, das wir haben. Man muss ja sagen, das ist ja so interessant. Was sind unsere großen Kostenblöcke? Das sind ja nicht Podcast. Unsere großen Kostenblöcke sind Papier, Druck und Vertrieb der Zeitung. Das ist, während natürlich die Kosten zusammenschrumpfen auf ein Minimum, wenn du das Ganze digital machst. Sag mal, in welche Richtung entwickelt sich das ungefähr in Prozent ausgedrückte Print und Audio-Bereich jetzt bei euch beim Abendblatt? Was meinst du im Prozent ausgedrückte? Der Umsatz vom Print ist natürlich gigantisch größer. Kannst du dir vorstellen, dass es euer Format, also das Hamburger Abendblatt, mehr als Audio-Format gibt als als Print? Dass Print dann eher begleiten ist? Also es ist jetzt schon so, ich würde sagen, jetzt schon so ist, dass die Zahl der Lesern und Leser in Print und die Zahl der Hörer und Hörer, das ist ungefähr gleich auf in der Woche. Also das sind ungefähr so 500, 500.000, 400, 500.000. Gleich auf. Gleich auf. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht. Natürlich muss man sagen, also in Print ist es jeden Tag 400.000 bis 500.000. In Audio sind es 500.000 die Woche. Und die Hoffnung, die dahinter steckt, ist auch, dass Podcast, also Abendblattleser, die Podcast hören, mehr ans Abendblatt gebunden werden. Nee, die Hoffnung ist einfach, das heißt die Hoffnung, ist einfach, also das ist einfach so, ich glaube, dass es da draußen Menschen gibt, die wahrscheinlich nie etwas, nie wieder so etwas wie eine Zeitung lesen werden, weder als auf Papier, noch als E-Paper. So, dann lesen sie vielleicht Abendblatt.de, aber wenn sie gar nicht lesen, dann sollen sie doch das Abendblatt wenigstens hören. Und wenn sie nicht hören, ist das glaube ich die nächste, dann sollen sie es sehen. Und wenn sie es nicht sehen, dann sollen sie wenigstens, wir machen ja 200 Veranstaltungen im Jahr, dann sollen sie wenigstens auf das Abendblatt auf einer Veranstaltung treffen. Also, mein Ziel ist, niemand darf durch ein Jahr in Hamburg gehen und nicht wenigstens einmal irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form auf das Abendblatt getroffen sein. Das ist ja wahrscheinlich das Gleiche wie bei euch, dass man sagt, dass die Leute auch wissen, es ist ja nicht Gott gegeben, dass das Hamburger Abendblatt immer diese riesige Bekanntheit behält, weil die nachwachsenden Generationen, also so alles unter unter 40, wird wahrscheinlich mit dem Papier gar keine Berührungspunkte mehr. Kann man sich das überhaupt noch vorstellen, einen 20-Jährigen oder einen 20-Jährigen an der Uni mit einer Zeitung unter dem Arm? So was gibt es überhaupt nicht mehr. Nein. Oder an der Bahn oder wo auch immer. Also, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und da muss man irgendwie gucken, also ich experimentiere zum Beispiel auch ein bisschen, wahrscheinlich bin ich da wirklich zu alt, aber wir probieren es mal auf. Ich bin seit ein, zwei Wochen auf TikTok und ich habe da jetzt neu, ich frage mich, wie viele Follower hast du? Dann sage ich 54 und der, 54.000? Ich sage, nein, 54. Aber natürlich merkst du da auch, wenn du dann hörst, dass da die Videos im Schnitt 3,3 Sekunden geguckt werden und wenn du siehst, da werde ich dann, das sind ja ganz andere, das sind völlig andere Menschen als im Print, völlig andere als im E-Paper, völlig andere als im Podcast, das muss man sagen, Print, das sind die, die sind im Durchschnittsalter die Ältesten, dann kommen die E-Paper-Kunden, dann kommt abendblatt.de, dann kommt Podcast, dann kommt so TikTok und Co. Ihr seid ja auf Instagram auch mit dem Abendblatt. Instagram, das sind wir schon lange, Instagram, Facebook, Twitter. Ja klar, ist TikTok da eine Option? Ja, wir probieren es aus. Denkt ihr darüber nach? Ja, wir probieren es aus. Musst du ausprobieren, musst du ja überall mal gucken und man lernt ja da auch viel. Total, finde ich auch. Sag doch nochmal deine persönliche Einschätzung, als Print-Profi werden Audio-Formate die Informationsquelle der Zukunft werden? Wird das so sein? Also, ich glaube, dass es, ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich so sein wird, das ist also eine wesentliche, ein wesentlicher Trend unserer Zeit ist die Audioisierung. Hintergrund ist wirklich, dass es so ein schönes Nebenbei-Medium ist und das durch die, durch die, was auch immer, wir uns keinen Marken nennen, aber durch die Stöpse, die du ins Ohr machen kannst und dadurch, dass das Handy immer dabei hast, du sofort verfügbar bist und du musst dich, du musst dich nicht zu groß konzentrieren, du kannst Sachen nebenbei machen und es gibt das, da stellen wir ja fest bei den Podcasts eine unglaubliche Loyalität und ein unglaubliches, also, ganz einfaches Beispiel, ich war neulich auf einem Konzert von Revolverheld und gehe dann mit meinem Sohn so durch die Gegend und dann unterhalten wir uns und ob sie das Lied spielen, das Lied spielen, plötzlich, ey, du bist doch der aus den vier Flaschen, hat mich jemand an meiner Stimme erkannt. und das passiert, das passiert interessanterweise relativ häufig, so, früher bin ich angesprochen worden, da haben sie immer einen schönen Leitartikel geschrieben, das passiert quasi gar nicht. Erklär mal das mit den vier Flaschen. Also vier Flaschen ist ein Podcast, den wir machen, alle zwei Wochen trinken wir mit zwei lieben Kollegen und einem Gast, trinken wir halt, probieren wir vier Flaschen Wein aus. Schöne Idee. Und das ist halt neu, übrigens war John Bon Jovi in diesem Podcast und er hat sich selber, er wollte unbedingt kommen, weil er ein Rosé gemacht hat und das sind dann echt so, also auf jeden Fall, und dann stehst du da und sagst, der erkennt dich an der Stimme und ich finde, da hat es bei mir auch nochmal Doppelklick gemacht, weil natürlich die, sozusagen die Verbindung zu Menschen, denen du eineinhalb Stunden meinetwegen zuhörst oder eine Stunde zuhörst, selbst wenn das nur tausend, bei dem Podcast ist das jetzt zwölftausend, aber selbst wenn es nur tausend Leute sind, was kann das für eine enge Verbindung werden? Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, nee, durch die Kopfhörer, die meisten hören ja direkt, die Stimme direkt am Ohr, das hat was sehr Nahes und sehr Persönliches auch. Du hast den Eindruck, dass das irgendwie deshalb, also die Leute, die mich ansprechen, da sagt auch keiner sie. Ja, das ist ein Dutzformat. Na klar, weil du denkst, ey, den kenne ich doch, der war doch bei mir neulich, als ich in der Badewanne war oder als ich auf dem Fahrrad war oder als ich im Bett gelegen habe und so und also deshalb, ich selber stelle es ja bei mir auch fest, dass ich, die intensivsten Gespräche sind die, die ich über Podcasts höre. Also es sind nicht mehr die Talkshows im Fernsehen, manchmal Markus Lanz noch, aber eigentlich nicht mehr, sondern es sind die, wo du da auch mal eine Stunde einlässt und dann so die Menschen als Ganzes kennenlernst und nicht nur 1,30 oder 2,30 oder irgendwie so ein Fitzel und so und deshalb glaube ich, dass Audio, das ist natürlich auch eine, für euch, ich glaube Audio ist einfach, also es war nie totgesagt, aber jetzt. Ja, es war schon, Radio war schon ein bisschen totgesagt eine Zeit lang, aber es ist ja für uns auch super geil, dass es sowas gibt jetzt. Genau, ich meine, also Podcastformate. Genau, also Radio, Audio ist großartig, ist super, kann so viele Sachen machen. Dieses klassische Radio, glaube ich, ich sag was und höre Musik, das ist doch eigentlich so eine Autogeschichte. Und dann ist natürlich die Frage, das kommt ja auch noch hinzu, welche Rolle wird das Auto noch spielen? Und das wird glaube ich auch noch mal, wenn diese automatisierten Autos kommen, was machen die Leute denn dann? Also Zeitung lesen werden sie sicherlich dann. Du meinst das Radio hören im Auto dann, Zeitung lesen werden sie nicht. Ich glaube, du kannst dann im Auto, also jetzt machst du Radio an und ist ja gut, wenn du nicht hast, was dich ablenkt. Aber wenn du nicht mehr fahren musst, dann kannst du dir diese ganzen Podcastformate, Gesprächsreihe und so, da ist eine Regel, oder und Nachrichten, warum sollst du dich mühen, das alles noch so selber zu lesen, wenn dir das jemand wunderbar erzählen kann? Weil das sind die Leute, die keine Zeit haben, die sagen, ich will es auch nur schnell und ich will es so verständlich wie möglich kriegen. Also für mich ist das, das ist immer interessanterweise in der Branche, aus der ich komme, immer noch ein riesiger Kampf. Es gibt immer noch ganz viele, die sagen, aber wir sind doch kein Radiosender. So, aber da denkst du so, ja, aber was ist das für eine Aussage? Lars, ich glaube trotzdem, dass ähnlich wie beim Print oder beim anspruchsvolleren Printmedium ist es auch bei Podcasts und Audio-Elementen auch wichtig, dass man ordentliche Inhalte transportiert. Also du kannst nicht alles mit jeder Stimme irgendwann, hat man keinen Bock mehr zuzuhören. Man ist weg, also man muss schon auch auf die Inhalte noch, die sollen auch stimmen. Nein, du brauchst ja, wenn du sowas machst wie du jetzt hier oder wie wir auch, brauchst du natürlich auch gute Gäste. Also muss man schon gucken, da kannst du sagen. Den habe ich heute. Nein, du kannst dann, du kannst dann, also ich könnte jetzt, ich weiß nicht, ich könnte jetzt nicht, ich weiß nicht, ich könnte bestimmte Leute nicht einladen. Du brauchst einfach Leute, die was zu erzählen haben. Die was zu erzählen haben. Die vielleicht eine Botschaft möglicherweise auch noch haben. Und das weißt du ja. Die interessant sind. Genau, das weißt du ja. Das sind wir wieder bei der Neugierde. Genau, das weißt du ja vorher immer nicht und du musst glaube ich auch irgendwie, das fiel mir am Anfang auch total schwer, so die ersten 50, 60 Folgen, da lase ich immer in den Kommentaren, lässt er die anderen auch mal zu Wort kommen. Und das stimmt. Und dann das erstmal zu lernen, das ist ja auch nicht, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, wo der andere sich erstmal wohl fühlt und dann auch dieses Zusammen zu sein, 45 Minuten in einem Raum und dann irgendwie, dann merkt man irgendwie so, prima, 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 prima läuft und dann ist es vorbei und dann muss der andere im besten Fall sagen, wie, das waren schon 45 Minuten. Genau, genau. Also, aber mir macht das eine Riesenfreude und ich muss ja sagen, ich selber bin eigentlich seit zwei, drei Jahren vor allen Dingen mit dem Podcast beschäftigt bei uns. Lars, ich hoffe, das hat dir jetzt hier Freude gemacht. Was schätzt du, wie lange wir gesprochen haben? 45 Minuten. Ungefähr 45 Minuten, genau. Ich würde sagen, wir schauen nochmal kurz auf euren Countdown. Ob sich da was geändert hat. Ob sich da was geändert hat. 33 Tage, 7 Stunden, 5 Minuten und 48 Sekunden sind es noch bis zum Geburtstag des Hamburger Abendplatz, dem 75. Ich wünsche euch und dir eine tolle Feier. Gratulation ist noch zu früh, gibt es erst, wenn es soweit ist und tausend Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Montag bis Freitag gibt es uns immer um 17 Uhr. In der nächsten Folge, also morgen, denn da geht es bei uns um die lange Nacht der Kirchen. Die steht jetzt wieder an. Bei uns in Hamburg. Mal sehen, was da so los ist. Das erzählt uns dann der Projektleiter Daniel Wagner. Ansonsten abonniert uns, empfiehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten.hamburg2.de Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss. Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.